Stattnummer 20 Luka Ketterer vom Studio, Einzelsingen. Statt Nummer 20, Michelle Reis vom Bodybuilding-AV in Weidung. Nummer 24, Dilea Feuerle vom Powerhouse Ludwig's Door. Nummer 25, Nadja Petrova vom Smash Fitnesspark in Schomburg. Nummer 27, Larissa Ketterer vom Smash Fitnesspark in Schomburg. Celia Parallel mit 28, vom Powerhouse Ludwigsburg. Nummer 29, Jasmin Uelig vom Fitnesscenter in Schomburg in Bayern. Und mit der 34, haben wir die Michelle Eglinski vom Powerhouse Ludwigsburg. So, meine Damen und Herren, wir machen zwei moderischen Vergleiche in Statt Nummer 18, 20, 24 und 25 Einstieg nach Beutel. So, stehen bleiben. Die Statt Nummer 27, 28, 29 und 34 hinter euch ist eine weiße Lübe. Bitte stellt euch doch mal auf. Und ihr dürft nach hinten auf die weiße Lübe. Ein bisschen weiter nach links, dass ihr wütig seid. Und wir beginnen mit einer Vorredrehung nach rechts. Und nochmals eine Vorredrehung nach rechts. Und nochmals eine Vorredrehung zur Vorderseite. Genau, aufmachen, drehen. Sehr schön, Lübe. Dankeschön, meine Damen. Rechts von euch befindet sich eine weiße Lübe. Hier geht mal rechts von euch in die weiße Lübe. Einen von euch haben den Schmuck von oben. Und die Damen 27, 28, 29 und 34 bitte auf die weiße Lübe. Und hier gibt es auch Hann Rube. Und hier kommt drauf-olgern. Und hier beitragen sich ein paar Fahrzeuge. Und hier kommt auch ein Bedeutdner. Und hier kommt drauf-olgern. Gleich da kommt drauf-olgern. Und hier kommt auf. Und hier kommt drauf-olgern. nach rechts. Und nochmals eine Gruppe zum Fronten. Dankeschön, meine Damen. Ihr werft auch links vorweg auf die reißen Linie, die so stark verliebt ist. Und wir kommen zum ersten in dem Weltvergleich der Kampfrichter. Und die Kampfrichter wünschen sich vorne die Lucamena 18, gleich am Anfang der Reichskriege, die Michelle mit der 20, die Nadia mit der 25, die Jasmin mit der 23 und mit der 34 sehe ich in die Schäden. So, bitte noch einen Schritt nach rechts gemeinsam, dass die Nadia in der Bühne steht, genau. Beine. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Sehr schön, sehr schön. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Und so, von der Sicht. Dankeschön, meine Damen. Startnummer 24 rückt bitte zu den anderen Athleten auf ihrer Linken zu. Ihr dürft rechts von euch jetzt auf die weiße Linie. Dankeschön. Ihr dürft rechts. Und die Startnummer 24, 27 und 28 dürfen nach vorne. Komm, Lea! Lea! Eine Fubbeldrehung nach rechts. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Eine Fubbeldrehung nach rechts. Dankeschön, meine Damen. Gehen mal zwei Stände nach links von euch, bleibt aber auf der Linie. Die Damen aus dem Hintergrund rücken auf auf die weiße Linie. Die Vorrunde, der Vorentscheid für die Finalistinnen der Bikini-Klasse 2 ist somit beendet. Sechs von euch sehen wir noch mal im Finale. Dankeschön.